Ja, Moin und Metal. Ach, scheiße. Er ist doch schon mal traurig, sauerk und sie traurig, dann ist er schaurig, traurig, dann tut ihm alles weh. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, hinausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Es wurde erst bekannt gegeben, welche Bands nächstes Jahr auf den Weimar Festspielen auftreten werden. Wer es nicht gesehen haben sollte, ein kleines Video habe ich dazu gemacht. Gönnt es euch, schaut es euch rein, zieht es euch raus. Der Countdown läuft, es sind nur noch wenige Tage bis zum epischen Ereignis, den Weimar Festspielen. Da war der Text weg. Ja, passiert schon mal. Ernsthaft? Das hier ihr Handy immer überlegen lassen muss. ... Video von Freiberg zu produzieren, ihr kennt das, ist ein harter Job. Schneiden, rendern, hochladen, nimmt alles ein bisschen Zeit in Anspruch. Allerdings wurde ich am... Wann war denn das? Ach, Kuckkacke, ich bin Profi. Ja, lange Rede gar keinen Sinn. Um das Ganze jetzt zu verkürzen. Um teilzunehmen, ähm, ist es sinnvoll, wenn ihr diesmal den falschen Knopf drückt. Weiße, ich bin so du. Ja, und ähm, weil man auf einem Bein nicht gut stehen kann. Aller guten Dinge zwei sind und äh... Aller guten Dinge sind drei, du Vollpfosten. Aber ist nicht schlimm. Kann man ja so machen. Und äh, ich trinke auf euer Wohl. Habt ihr euch verdient. Prost. So, und jetzt kleines Update hier, kleiner Realtalk. Das ist jetzt mittlerweile der 20. Versuch, hier das Video zu machen. Also, wenn ich noch öfter euch auf, auf, auf euch anstoßen muss, dann... Die Benzweimer macht mein Leben grad ein kleines bisschen strummlig, da sie eine Neuigkeit nach der nächsten raushaut. Das ist jetzt auf meiner Narbe gelandet, ey. Heldar Fliege. Ja, ihr habt's gesehen, ja. Dauert nicht mehr lang. Die Auslosung rückt immer näher. Der große Augenblick auf den hier so alles so süßiger wird. Und äh, deshalb werde ich das Kapitel jetzt hiermit beenden und den Online-Tester an den Nagel hängen. Ja, Special Effects, äh... Moin moin und Medelje Strauchdiebe, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal. Äh. Scheiße. Ich denke, 19 Uhr, ja der Kartenvorverkauf für die Weimar-Festspiele 2023 beginnt. Alles sei ja so... Alles... Scheiße. Arrrr. Okay. Okay. Alles klar. Oh, das geht nix mehr. Okay, 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 okay. Band-Jubiläum. Ein Jahr die Froschteich-Musikanten. Ich grüße euch... Hä? Ich grüße mich auch gleich, ey. Ah, die Ziehung der... Ah, ha, ha. Ich jetzt mag den Fertag, auch so. Ja, 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 ja. Ah, für euch da draußen sei aber gesagt, es sind noch genug andere Tickets zur Verfügung stehend da geblieben. Ach, kacke. So, ich geh mir jetzt ein Bier trinken und ich mach morgen weiter. Vielleicht kriegt das dann wegen dem Mikrofon geschissen. Tschüss, auf Wiedersehen. Bin fertig für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn, meine Freunde und... Metal auf!